Theo Lutz, Studenter Mathematik, hat 1959 mit einem Computer, mit einer Zuse Z22, ein Weihnachtsgedicht gemacht. Und das Gedicht geht so. Oder der Engel ist weiß oder ein Christbaum ist kalt oder nicht jeder Friede ist schön und ein Christkind ist leise. Jeder Nikolaus ist still oder nicht jedes Kind ist still oder der Wald ist kalt und kein Wald ist schön oder kein Engel ist schön oder der Schlitten ist still oder das Kind ist weiß. Der Schnee ist kalt und jeder Friede ist tief und kein Christbaum ist leise oder jede Kerze ist weiß. Oder ein Friede ist kalt oder nicht jede Kerze ist rein und ein Engel ist rein und jeder Friede ist still oder jeder Friede ist weiß oder das Kind ist still. Ein Engel ist überall. Frohe Weihnachten aus den Museen des Deutschen Literaturarchivs. Frohe Weihnachten aus den Frohe Weihnachten aus den